Wer ist der bessere Techniker? Punkt für euch. Beide richtig. Wer hat den besseren Kleidungsstil? Jawohl, Punkt. Wer macht weniger Halt vor dem Buffet? Weniger Halt? Guck mal. Ich renne nur alle 3x oder alle 10x hin. Wer ist der fairere Spieler? Boah, eigentlich beinahe Soziale. Ja, keine Ahnung. Jo, wieder ein Punkt. Wer legt sich am häufigsten mit den Trainern an? Boah, locker. Schon wieder ein Punkt. Ich kann nicht gut nachdenken. Wer hat mehr Ahnung von Vögeln? Noch ein Punkt. Wer hat mehr Ahnung von Fußball? Noch ein Punkt. Wer ist der größere Schreihals? Kann ich. Ja. Guck mal. Boah, locker. Du bist doch die ganze Zeit immer am rumbrüllen. Du willst uns auch noch zu haben. Egal, ey. Ja, ja. Alles klar, Jungs. Das waren die Fragen. Mann, oh Mann. Gute Punktzahl. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR. Vielen Dank.